so hier noch mal von außen die villa hier es handelt sich um diese villa und hier man hat auch mehrblick vom pool aus das ist alles jetzt vorbereitet für die sommersaison und schön abgedichtet damit kein wasser da reingeht und rosten anfängt und hier noch mal die anlage sie ist wirklich sehr gepflegt und der pool ist immer in funktion und er wird bald starten ok mein lieben soviel von mir also es handelt sich um diese villa der preis ist geschenkt und ich sage mittlerweile 5 1 halb zimmer ok soviel von mir liebe grüße bis zum nächsten video so mein lieben wir hatten hier schon mal eine villa und oder wir haben drei hier gehabt ist aber schon weg und diese hier die ich jetzt filme ist noch da die hat fünf zimmer es ist diese villa es sind doppelhaus willen und hier haben wir die veranda das hier ist trocken da ist nur die farbe ab das ist aber trocken das ist trocken da ist nur die farbe ab und wir schauen uns noch ein paar weitere mängel an ansonsten das ist echt gut lasiert da ist nichts kaputt also das hier ist die veranda wir haben aber wie gesagt es ist eine doppel haushälfte und kostet nur 99.000 euro wie hören kann sind wir hier im landwirtschaftlichen viertel hühner kühe bananen plantagen das hier ist alles willenviertel und hier hinten haben wir auch ein bisschen mehr seht ihr das da hinten haben wir ein bisschen mehr so jetzt schauen wir uns mal die villa von innen an hier ist der außenbereich ihr dürft auf der veranda pflanzen was ihr wollt blumentöpfe pflanzen was ihr wollt aber das hier gehört dem gartenbereich weil wir diese anlage ist nämlich sehr sehr sauber diese anlage hat wlan diese anlage hat gemeinschaftsathlitten anlage diese anlage hat einen wunderschönen pool der ist jedes jahr bisher in funktion gewesen auch zu coronazeiten diese anlage hat wie ihr sehen könnt auch jedes tischtennisareal und ein gemeinschaftsparkplatz hat diese anlage auch dafür zahlt man aber 70 70 euro nebenkosten die wohnung kostet nur 99.000 euro und mit allen drum und dran und wie ihr sehen könnt sind es schöne sachen so das ist das fliegengittertürchen und hier ist die normale tür also eine riesen veranda wunderschöne atmosphäre vögelgezwitscher ohne ende überhaupt kein straßenlärm oder autolärm jetzt bin ich mal ruhig damit ihr das mal mitbekommt wunderschön meine lieben wunderschön das ist nur eine tapete nur zur info also nicht dass ihr denkt das ist immer schön den leuten alles von vornherein gleich sagen dann gibt es auch danach keine probleme klimaanlagen sind auch dabei ein kamin ist auch dabei das ist ein echter kamin und ja möbel sind halt nicht voll der burner aber ich würde fast schon stehen lassen also diesen tisch würde ich behalten diesen tisch würde ich behalten schaut mal wie schön der ist und die stühle sind auch noch schön wirklich dann schauen wir uns mal die küche an manchmal ist so ein elektro koch fällt auch nicht schlecht warum wenn man nämlich mit gas kocht und gerade ist es gas leer gegangen dann kann man noch mit dem elektroteil weitermachen aber das passiert ja selten denn so ein gasteil hält bei mir über drei monate obwohl ich am tag zweimal koche hier haben wir auch noch diese rollos und draußen ihr könnt praktisch hier das fenster aufmachen und eine orange pflücken wir haben hier einen orangenbaum direkt neben der küche das gibt natürlich positive aura wir haben auch noch ein gästeklo hier hier ist das gästeklo so müssen die leute nicht drauf in die privates bereiche hier haben wir eine garderobe auch für schuhe hier das ist für die schuhe dann haben wir eine stahltür stabile stahltür das ist der eingangsbereich hier das ist der eingangsbereich und hier kann man auch noch was machen fahrrad abstellplatz und so weiter hier sind die anderen willen wunderschöne anlage ist das eine saubere wunderschöne anlage und hier nochmal orangen und orangen blüten es duftet herrlich also eine super aura haben wir hier hier nochmal das gästeklo und hier haben wir eine abstellkammer für staubsauger und und so weiter putz sachen jetzt gehen wir mal rauf wir haben hier sogar drei stockwerke weil wir sogar eine terrasse haben so hier haben wir erstmal drei schlafzimmer und ein bad schön großes bad und fensterchen schöne große dusche wunderschön sehr schön also hier ist das bad unten hatten wir ein gemeinschaftsklo hier haben wir ein schlafzimmer wunderschöne schlafzimmer hier haben wir einen balkon schauen wir uns mal den balkon an hier nochmal balkon von der seite haben wir mehr blick das nenne ich mehr blick das ist okay das ist mehr blick und der pool wird bald gefüllt spätestens mitte juni geht es los hier nochmal der orangenbaum hier hätten wir auch rollos und auch eine fliegengitter tür okay schauen wir weiter also leute der preis ist super ja nur 99.000 euro denn warum ist der preis super weil wir hier auch noch zusätzlich eine terrasse haben das haben viele willen hier nicht so hier haben wir noch mal einen balkon hier nochmal ein balkon also balkon nummer zwei wieder fliegen die tür und rollos und wieder mehr blick und ich bin mal ruhig ich bin mal ruhig wenn jemand sagt es ist leise dann muss es auch beweisen ihr hört nur vogelgezwitscher oder andere sachen vögeln und hier haben wir die hauptstraße da ist laut wir haben hier besonderheiten wir sind nicht so weit weg vom meer weil viele willen man muss extra in die berge fahren muss extra in die berge fahren und dauert ewig hier haben wir gleich den strand das meer hier vorne ok meine lieben das war balkon nummer zwei wir haben zwei verandas eine am ausgang und eine am küchenbereich wohnzimmerbereich hier haben wir noch mal ein schlafzimmer ein wunderschönes schlafzimmer und die aussicht klimaanlagen funktionieren auf die klimaanlagen geben wir natürlich eine bestimmte zeit garantie das müssen wir aber gemeinsam ausmachen wenn ihr natürlich ewig runterhandeln versucht und hier geht nicht viel sage ich euch gleich dann gibt es auch weniger garantie was hier nicht schön sind wir müssen auch auf die mängel hinweisen hier das da zum beispiel ja solche sachen da ist halt mal abgeklebt worden und vorne sind noch in ordnung sind nicht die die ganz dunkel halten aber die helfen auf jeden fall ist auch ein schönes zimmer ok meine lieben jetzt gehen wir also hier haben jetzt drei zimmer unten hat man noch mal eins wohnzimmer und jetzt gehen wir rauf also leute der preis ist wirklich super hier noch mal ein bad also wir haben praktisch drei toiletten und zwei bäder drei toiletten und zwei bäder und leute hier ist es so ruhig stellt euch mal vor ihr habt irgendeinen online scheiß online job und seid gestresst und dann habt ihr hier euer arbeitszimmer und dann schaut ihr euch vom balkon nummer drei schaut ihr dann raus aufs meer ja raus aufs meer und trinkt euren kappe aber wir haben ja eine terrasse auch noch die zeige ich euch gleich ja also jedes zimmer hat seine klimaanlage und hier haben wir balkon nummer drei da ist eine kuh da ist noch mal eine kuh also wir sind hier wirklich mitten im bauernhofbereich also hier seht ihr das meer und jetzt schauen wir uns die terrasse an hier haben wir die terrasse das ganze erinnert mich mehr an eine finca und ihr seht das sind das sind ziegel so tonziegel ja nicht irgendwie papier oder irgendwas nein ist ein tonziegel die hält halten 100 jahr also leute ist es wirklich wunderschön hier nur was ist das da das würde mich jetzt interessieren ach so ja hier haben wir noch mal so eine art abstellkammer mit warmwasser boiler und paar liegen für hier und paar ventilatoren ja schön warum nicht also ich würde es so lassen wie es ist man könnte fast schon ein zimmer daraus machen das sind ja dann fast schon sechs zimmer und wenn es richtig richtig herrichtet könnte man ein zimmer daraus machen wir noch ein fenster dazu tja warum nicht terrasse ist immer gut hier kann man auch ein gewächshaus einstellen ein gewächshaus und dann ablauf haben wir auch hier ok das wäre es jetzt mal mit diesem wie dieser villa hier ist der pool 70 oder 75 euro nebenkosten für gärtner garten arbeiten internet ihr habt schon wireless internet hier schon nicht extra anmelden dann haben wir hier satelliten gesamtanlage eine riesengroße für europäische deutsche sender auch deswegen die 75 euro 70 oder 50 das nagelt mich nicht fest ich sag mal 75 wenn es dann billiger ist dann ist es besser für euch ja es scheint für manche zu viel aber so sind die daten wer es nicht will soll einfach die wohnung nicht nehmen versteht ihr wenn euch wenn irgendjemand irgendwas nicht passt ja dann soll einfach die wohnung nicht nehmen dann fertig aus ok mein lieben alles dabei wie gesagt ja mir gefällt es mir gefällt sehr wer lust hat meldet sich auf drei etagen eine wunderschöne eins zwei drei vier fünf fast sechs zimmerwohnungen mit drei toiletten und zwei betern vielen dank fürs zuhören bis zum nächsten mal ich muss wirklich sagen ich habe die besten objekte das ist etwas vielleicht älter aber top top wirklich und der preis ist auch super und hier ist ja wohl klar dass keiner da irgendwas hinbauen kann das sind alles vorteile ok meine lieben vielen dank fürs zuhören und nicht vergessen zwei bilder von meiner galerie für jeden meiner kunden der was kauft dankeschön bis zum nächsten mal wala 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 w Oh, oh, oh.